es geht los wieder bei oder weiter mit dir oder mit dem herzen willkommen zurück heute ist sonntag ja es gibt in die letzte woche weiter aber heute erst mal an diesem tag der start an dem sonntag mit dem nächsten teil aus spanien event nummer zwei steht jetzt an die erste strecke hat 5,03 kilometer wir gucken uns nachher mal an wie das aussieht war so wieder so lange haben dann gucken wie lange das zweite teil ist gleich die ganzen restlichen strecken ich habe noch nicht reingeguckt in die zeiten und darin natürlich wieder ein bisschen bisher geladen hat kennt man daher so was haben wir denn überhaupt sechs sekunden weniger strafzeit sollte eigentlich gehen zwei verhause überwärtspuffen müssen wir mal gucken weil leben haben wir es nämlich auch nicht hinbekommen platz 1 sollten wir schaffen zwei wertspuffen gewinnt sollten wir geschaffen die 16 mal die zwischenzeit sollten wir auch ohne problem packen und die fahrzeugwerke sollten auch unterbieten ok gut dann tun wir unser fahrzeug wir nehmen wie immer ein zweites rad mit alles andere ist egal los geht's die recke war sehr erfolgreich sollte also ein gutes rennen werden 5 4 3 2 1 los rechts 5 links 5 links 4 durchsenken in rechts halb überwärtspuffen links 3 runter links 5 rechts 5 links 5 links 6 überwärtspuffen rechts 4 60 links 4 überwärtspuffen 80 rechts 1 in rechts 2 in links 4 rechts 6 rechts 4 rechts rechts 4 rechts 6 rechts 6 rechts 6 rechts 6 rechts 6 Aufmerksamkeit links 4 Das ist hier nur so zwischen 15 und 20 Minuten wieder. Da gehe ich nämlich noch ein bisschen mit der Aufnahmezeit drunter. Kehre links. In rechts sechs. Links sechs. Rechts sechs. In links vier Wände. In rechts drei. In links fünf. Rechts sechs. In links vier Wände. Unser Fortschritt sieht mittlerweile aus. In rechts drei. In links fünf. Rechts sechs. Links sechs. In Kehre rechts. In links drei. 150. Links vier. Etwas mehr als die Hälfte haben wir hier. Rechts sechs. 60. Links fünf. Rechts fünf. Links fünf. 60. Rechts vier. Nicht schneiden. In offene Kehre links. Noch ein bisschen was zu tun, wenn er da nachgefahren hat, mit 2 kommt 0. In rechts eins. Also. Nach zu sehen. In links sechs. In rechts drei. Aber das habe ich doch schon mal was gesagt. Kehre links. In rechts sechs. Links sechs. Links sechs. Links sechs. Rechts drei. Durch senken. Links sechs. Übergruppe. Rechts eins. Durch senken. In links vier. 60. Rechts vier. Nach. In offene Kehre links. In links vier. Übergruppe. In Kehre rechts. In links drei. Übergruppe. In rechts sechs. Links sechs. In rechts vier. Nach zu. Und Achtung. Links vier. Sofort rechts. Drei. Übergruppe. Enttäuscht. Okay. Aufpassen also. In links eins. Durch senken. So nicht verhältnis. Sie sind nicht bis Ziel. Nichts. Wir machen es auch nicht gerade einfacher. Aber den Erster. Wir haben alles souveräten gemacht. Gut. Mit circa 20 Sekunden vollkommen. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Und. Ja. Und. 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 Das war dann auch geschafft der nächste teil ok es geht da ich würde das hat er Ja doch das können wir das sind etwa genauso gleich wir jetzt nämlich wieder die drei fahren und unten die zwei bis auf Kilometer ist das glaube ich die gleiche zeit gut ok dann weiß ich bescheid Dann weiß ich bescheid wenn ich 2 von 2 hat und 2 von 5 also wie gesagt die vorletzte wertungspunkt für heute Ja auch wenn ich mal sorry wenn ich bis hin so splitten muss aber ist dann einfach mal so Da wird wieder einen moment Geht weiter Ja da haben wir noch Ok Also die saubere verschlägt aber die ist gut gelaufen Alles wichtige ist am aufschrieb notiert Sehr gut So, wie ist es jetzt heute? Ja, es ist 4 Minuten 55 zu unterbieten. 5, 4, 3, 2, 1, los. Rechts 3, links 6, in rechts 4, durchs Enkel, 80, rechts 5, links 5, rechts 5, rechts 5, rechts 5, in links 3, in Welle, rechts 4, in links 6, rechts 4, in links 1, durchs Enkel, rechts 6, überkurse, links 3, durchs Enkel, 40, Kuppe rechts 6, links 4, 80, überpolsung, links 5, lang, überpolsung, 80, links 3, 60, überpolsung, rechts 5, überpolsung, 80, überpolsung, links 4, rechts 4, links 4, rechts 4, In rechts 6, in 8 noch 40 Grad rechts, sofort 40 Grad links, 20 bergab. Genau das meine ich. In rechts 3 über Puppe. In Kehren links. Diese kleine Wand hat ein bisschen was aus dem Auto mitgebracht. In offene Kehren rechts. In links 4 lang 80. Rechts 3. In links 1 durch Senke. In rechts 5. In links 5. In links 5. In links 5. In links 6. In rechts 6. In links 2. Nicht schneiden. Rechts 3. In links 1 durch Senke. In rechts 5. In links 3. In rechts 5. In links 5. In rechts 5. In rechts 5. In links 6. In rechts 4 lang. Also sieht es gut aus. Und Achtung links 4. Sofort rechts 3 über Puppe. Enttäuscht. Links 6. 60. Rechts 6. In offene Kehren rechts. In links 2. Runde 50. Links 4. in � Dos scale. In links 5. Rechts 6, über Wuppe. Rechts 4, rechts schneiden. In links 2, durchsenken. In links 1, 80. Rechts 4, über Wuppe. 60. Rechts 5. Links 5. Rechts 5. Rechts 4. Rechts 4. In links 2, macht auf, lang. In links 4, über Wuppe. Komm schon wieder nachher die Haarnadel. Links 5. In links 3. In rechts 1. In rechts 2. Oh, da wäre ein bisschen verloren damit. In links 1, 80. Rechts 5. Der Wuppe muss immer noch kurz vorklären, bei 27,7 Sekunden. Links 5. Rechts 5. Links 6, über Wuppe. Rechts 4. Rechts 5. In links 3. In rechts 4. In rechts 6. Nicht ohne. Rechts 6. In links 1. Lang. Offene Kehre. Rechts. Aber ich muss sehen, was durch die Mühle geht. Ich habe ein bisschen Mülligkeit. Ich muss übrigens gerade noch eine Nennung. Links 4. Durchsenkung. Also es ist ein billiges Zeugs, hofft noch alles. Perfekt ist egal. Aber ich sehe, rechts ist es gleich, wir allein auf. In links 3. Ich bin gerade, als ich ein bisschen müde werde, aber ich habe mir gerade das vierze. Ich bin schwierig, ich habe geschlafen, aber. Links 6. Links 6. Über Wuppe. Rechts 4. Ach 6. Stress, liebe Leute. Also arbeitsgeschäftig, nicht aufräumtischig. Ich sehe, es ist ganz gut aus. Links 6. In rechts 4. Durchsenkung. 60. Rechts 4. Menschneiden. Bis Ziel. Okay, ich bringe es zum Marschall. Ich meine, hier sitzen 139,6 Sekunden. So, während der Zio lädt, gehe ich mal ganz kurz eben etwas zu trinken holen. Das ist sehr gut gelaufen. Tolle Wertungsprüfung. Gut gemacht. Test. Test. 1, 2, 3. Ja, wunderbar. Funktioniert. Okay, äh, nicht nur ein Energy Drink ist am Start, sondern auch ein Schluck Wasser Bei den Temperaturen, die wir momentan haben, ist Trinken auch sehr, sehr wichtig So, okay Nächster Teil, 5,21 Kilometer Jo, passt soweit 40 Meter hoch, glatter Asphalt, ist klar Er heißt nämlich Asphalt Cup Ah, kalt wär besser, aber naja, besser ist gar nichts Wie gesagt, wir haben eigentlich immer den Effekt Effekt Wir haben immer noch nicht die saubere, aber wie gesagt, das ist noch herzlicher, die 3000 Die sind auch da, egal Gut, gehen wir rein in die letzte, die letzte Erleitersbuch vom Vorsicht 4 Minuten 1, sollen wir unterbieten Idealfall, gucken wir mal, wird kein Problem sein, aber Okay, muss ja nicht über sein Du könnt auch eine grausige Fahrer rischen heute Ich muss ja vorsichtig fahren Rechts 1, in rechts 2, in links 4, links 6, 60, rechts, überwenden, 80, links 6, überwenden, links 6, in rechts 4, lang, macht zu, rot, achter, links 4, sofort rechts 3, überwenden, täuscht Ich muss ja vorsichtig fahren Rechts 1, in links 3, lang, macht auf, macht zu In rechts 3, rechts 6, links 6, in kehre, rechts In links 3, 60 Links 3, überwenden, links 3, durchscht Links 3, überwenden, in rechts 4, durchscht In links 3, lang, macht auf, in rechts 6, 60 Links 5, rechts 5, links 5 Links 6, Überkunft. Rechts 4, 60. In rechts 3, Überkunft. In Kehrt, links. In rechts 4, Überkunft. In offene Kehrt, rechts. In links 4, runter. In rechts 3, Kehrt, links. In rechts 6, links 6, links 3, in rechts 3, lang, mach auf, mach zu. In links 1, rechts 5, in links 3, in rechts 4, in links 6, rechts 5, in links 3, in rechts 4, in links 6, 60, rechts 4, lang, in offene Kehrt, links. In links 4, Überkunft. In Kehrt, rechts. In links 3, Überkunft. In rechts 6, links 6, 60, rechts 6, in offene Kehrt, rechts 6, in offene Kehrt, rechts 6, 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 Links 4. Rechts 6, überrufe. Rechts 1, in links 3, macht auf, macht zu. In rechts 3, 60. Rechts 5. Links 5. Rechts 5. Rechts 4. In links 1 durchsenken. Bis ziehen. So, haben wir das geschafft. Mit 37,3 Sekundenvorsprung. Tolles Ergebnis, das war unschlagbar. Danke. 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 Vielen Dank. So. Gut, dann sehen wir uns morgen wieder mit dem letzten Teil.